Äh, hat... fängt die Aufnahme schon an, hat er fast gesagt? Echt? Ja, you shouldn't stop recording. Äh, was'n Scheiß, wieso höre ich das nicht? So, so jetzt, was geht ab, Pip und Schadens, und herzlich willkommen zu einem Duel-Kommentary zusammen mit dem... Yo, yutuuu, was geht ab, Paddy aka iJustGesundschaft für euch und heute willkommen zu einem Duel-Kommentary mit ihm. Und, ja. Ja, meine Freunde, wir haben uns auf jeden Fall in richtig freshes, eigenes Thema überlegt, na und zwar wir... ja, wie soll man's nennen, äh, machen genau das gleiche, was Masty Skorpion und Vizca Barca mal gemacht hat, aber ich denke mal, es werden nicht genau diese Fragen sein. Ja. Und zwar, wir haben auch diese 10 Sekunden, 10 Sekunden-Challenge, schon, machen wir heute. Also das heißt, ich bekomme heute 7 Fragen gestellt in dem Video und ich habe für jede Frage 10 Sekunden Zeit zu antworten Und wir haben es in genau 3, also die Fragen handeln um 3 Call of Duty Teile Nämlich Black Ops 2 MV3 und Ghosts Ghosts, meine Freunde, no hate Na auf jeden Fall, das wird jetzt die erste Folge bei mir sein Die zweite wird dann beim lieben Partyaka I Just Get's Komm, meine Freunde, wisst ihr auf jeden Fall Bescheid Ähm, sobald die Folge natürlich oben ist, die zweite steht natürlich auch ganz oben hier in der Beschreibung Ihr wisst Bescheid, aber wir labern schon wieder zu viel, zu viel, zu viel, genau So Jungs, meine Freunde, ich wollte mal sagen, du startest jetzt mal direkt mit der ersten Frage Ja, wenn mein Handy sich nicht sperren würde für die Stopp-Reihe Oh, abgeholt Alles klar, also Wähle alle gelben Perks aus MV3 auf Alle gelben Perks? Hä, 4, 5 Äh, Meisterschutz, äh, äh... Hä, du Wintermensch, Gelben Perks, Alter Du Pisser Gelben Perks, Alter Ja, Gelben Perks, Meisterschutz, Stalker, Totenstehen, Lagenbericht und ruhig gehad Ah, fuck, Alter Also, nächste Frage Zurücksetzen, Tom Zähle alle 4 Karten, äh, Zähle, Zähle alle 4 Karten Zähle 4 Karten aus Black Ops 2 auf Oh, Raid, Standoff, Hijack, and Nuketown. Jetzt stopp, 3 Sekunden gebraucht, alles richtig. Jawohl, Mama. Erstes richtig, so warte, mach mal einen Haken hier. Ich mach mal einen Haken. So, jetzt wird's schwer, also. Nenne 3 MPs aus Ghosts. Ähm, Vektor, K7, und, äh, scheiße. Nein, wie ist die Pison? Ja, richtig, okay, nice. Oh, Digger, Alter. Das war so knapp 1 Sekunde, oder so. Oh, Juch, Alter. Richtig, oder wenn's nicht schon 10 waren, aber egal. Ah, cool. Nenne beide Duell-Listen-Karten aus MP3. Äh, Ground und, äh, Erosion, Erosion, keine Ahnung. Ja, perfekt, okay, nach 5 Sekunden richtig. Das war schon voll wocken, ey. Ja, schon. Äh, jetzt ist es wieder schwer. Ja. Wie viel Frage haben wir? Ich sag mal, zähle alle roten Perks, beziehungsweise dritte Perkleiste aus Black Ops 2 auf. Ähm, Wachsamkeit, Totenstille, äh, Ex-, nein, Extrembedingungen, äh, äh, Taktikmaske. Und Stopp, und was 1, äh, 2 fehlt. Warte, lass mich noch, egal. Ja, die zwei Sekunden sind rum, aber ja. Ja, ich weiß, warte mal. Also, Taktikmaske, Erste, Gewandtheit. Ähm, weil, was hatte ich jetzt? Ne, Totenstille, Wachsamkeit, Gewandtheit. Ähm, Te- ah, Techniker fehlt. Ja, das hast du vergessen. Fuck, Alter, stimmt. Ah, abgehoben von Techniker. So, die vorletzte Frage jetzt. Ah, fuck. Und, äh, ja, also. Sehle alle Sturmgewehre aus Black Ops 2 auf. Äh, AN, M27, SGH, SMR, TYPE, EMTA, äh, M8, äh, SWAT, FAL. Falsch. Zehn, ah, zehn Sekunden war rum, da hast du einfach ehrlich gesagt. Also, faszinern die zehn Fragen? Und... So, meine Freunde. Ja, wie gesagt, ihr werdet jetzt wohl hier in noch irgendeiner, äh, keine Ahnung wo sehen, wie viele Fragen ich richtig hatte. Oder, meine Freunde, ihr wisst Bescheid. Und natürlich, wie, ja genau, wie viele Fragen ich richtig hatte. Und, wie gesagt, bei der nächsten Folge sehen wir dann, wer endgültig gewonnen hat, meine Freunde. Ich verabschiede mich auf jeden Fall schon mal. Ähm, ja. Auf jeden Fall. Falls ihr noch, falls ihr noch mehr Teile als zwei haben wollt, schreibt es natürlich auch in die Kommentare. Oder lasst einfach eine Bewertung da. Also, wie gesagt, ich hau rein und das Schlusswort kriegt natürlich PartyHauts darin. Auf jeden Fall. Ähm, er schreibt euch auf jeden Fall in die Beschreibung, wie viele er richtig hatte und wie viel falsch. Und, ich bin raus, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss. Verpisst euch! Rüntger! 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 Musik Musik